Hallo und willkommen auf Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und ja, heute wollen wir uns ein bisschen über Notfallprozeduren unterhalten und daher frage ich dich auch gleich mal, stell dir mal vor, du bist jetzt auf der ISS. Du floatest da so ganz entspannt vor dich hin, also sprich, du treibst irgendwo in diesem hübschen Raumschiff und auf einmal hämmert dir irgend so ein wilder Alarm hart um die Ohren. Was machst du denn jetzt? Ich meine, irgendwas muss man ja tun, ne? Wie löst du diesen Notfall? Gibt es vielleicht ein Kochbuch, was du dir ziehst? Was würdest du als erstes machen? Und genau über diese Themen werden wir uns heute unterhalten. Ich werde dabei auch wie immer unterstützt werden natürlich vom Harzner, ich wollte als dem netten Harzner sagen, oh, sollte ich irgendwie so komisch sein, also vom Harzner auf alle Fälle. Und wir werden da ein bisschen näher drauf eingehen, aber vielleicht mal ganz kurz für dich so in Kürze. Prinzipiell gibt es auf der ISS erstmal eine unterschiedliche Priorität von verschiedenen Notfällen. Man sagt auch dazu, wie war das? Zuerst kommt die Crew Safety, also erst die Menschen, die wirklich an Bord sind, die müssen gerettet werden. Und denen muss es gut geben, die sind schützenswert. Danach erst kommt das Vehicle, Vehicle Safety, also sprich, in was fliegen die da durch die Gegend? Weil es klar, die ISS kann man wegschmeißen, aber die Menschen, die da drauf sind, eben nicht. Und als dritte Priorität ist es natürlich dann Mission Success. Also der Erfolg der Mission, der jetzt gerade angesagt ist, das, was sie gerade tun. In dieser Reihenfolge versucht man eben, die Problemchen zu lösen. Ja, dann gibt es natürlich noch verschiedene Arten von Prozeduren prinzipiell oder überhaupt erstmal von, ja, echt flixlichen Sachen. Ich meine, es gibt einmal den medizinischen Bereich, den lassen wir heute mal ein bisschen weg. Ich möchte mich gerne mit euch zusammen auf die Bereiche Feuer konzentrieren. Feuer ist ja ein nettes Teil, haben wir erfunden, kurz vor dem Fahrrad oder war es dem Rad, egal. Dann natürlich Druckverlust, also alles, was, ich sag mal so, durch Mikrometeoroiden entstehen kann. Und, stimmt, ich wollte schon mal ein bisschen einstimmen, ha, Feuer, yeah. Oder aber natürlich, naja, giftige Atmosphäre. Also nicht so, wenn jetzt irgendwie so Stunk in der Luft ist und ihr habt Beef mit jemandem. Also, ihr streitet euch aktiv. Nee, das ist nicht ganz gemeint. Hier ist wirklich gemeint, wir haben irgendeinen Stoff, der in die Atmosphäre innerhalb der ISS ausgetreten ist. Und der könnte euch vielleicht, naja, sagen wir mal, nicht gefährlich oder vielleicht doch, der könnte euch richtig gefährlich werden. Diese Punkte werden wir gleich ein bisschen im Detail besprechen. Ja, ich hoffe einfach mal, es hat euch bis hierher Spaß gemacht und ihr habt Lust, euch den zweiten Teil anzuhören. Weil dann, würde ich sagen, ihr tastet auf alle Fälle ein Like und ein Subscribe und springt gleich rüber zur langen Version, wenn ihr die kurze seht. Ansonsten, wenn ihr live dabei seid, bleibt dabei und stellt eure Fragen. Ich glaube, wir haben heute ein paar ganz nette, freudvolle Sachen zu besprechen. Wenn nicht, dann würde ich sagen, habt immer eine Handbrettluft unterm Hintern und wir plauschen wieder miteinander. Ciao.